Bevor wir jetzt in unser Paulaner Deckel-Derby gleich gehen werden, möchte ich mit euch noch ein bisschen über den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga sprechen. Dort ist jetzt aber mal absolut der 1. FC Kaiserslautern angekommen. Mittlerweile auf Platz 17, sah in der Hinrunde über weite Strecken, vor allem am Anfang der Saison, richtig gut aus. Neuen Trainer, installiert einen erfahrenen Mann. Trotzdem funktioniert es mit Funkeln nicht. Was läuft schief beim 1. FC Kaiserslautern? Michael, guckst du drauf auf den 1. FC Kaiserslautern? Ich bin mit Friedhelm sehr gut befreundet. Von daher schaue ich ja nicht nur drauf, sondern... Was macht der denn falsch? Feste die Daumen. Was macht der falsch? Weil der macht vieles richtig. Er ist ins Pokalfinale gekommen und es war natürlich total bitter, jetzt in Fürth wirklich in der Nachspielzeit nochmal den Gegentreffer zur Niederlage zu kassieren. Ein Punkt hätte den schon gut getan. Und bei allem, ich finde es immer klasse, diese Natürlichkeit und diese Ruhe, die Friedhelm ausstrahlt. Und das ist im Abstiegskampf etwas, das nochmal ganz entscheidenden Schub geben kann. Und ich bin sicher, dass Kaiserslautern drin bleibt. Und sei es über die Relegation. Das hat er ja auch in Köln unter Beweis gestellt. Da hat er ja auch nicht viel verändert, sondern er hat einfach Ruhe reingebracht, hat viele Gespräche geführt. Und da ist er natürlich ein Menschenfänger. Friedhelm Funke, gar keine Frage. Und bei dem Restprogramm, ich glaube, Sie haben noch drei Heimspiele gegen die Teams, die mit da unten drinstehen. Wenn Sie die gewinnen mit dieser Wucht, die der Betze entfachen kann, dann glaube ich auch, dass Kaiserslautern drin bleibt. Man muss sich mal reinziehen, wenn Sie es in die Relegation schaffen. Dann spielen Sie Relegation, Pokalfinale, Relegation innerhalb von fünf Tagen. Also, wow. Nimmt man dann das Pokalfinale in dem Moment? Es wird entzerrt. Es wird ein bisschen entzerrt. Heißt? Ja, ich glaube, das Hinspiel wird einen Tag vorverlegt und das Rückspiel einen Tag später. Also, das ist doch nicht innerhalb von fünf Tagen stattfindet. Und wenn es sechs oder sieben Tage sind. Aber ich finde, allein für den Kopf, dass du dieses Spiel dazwischen hast, was ja eine ganz andere Bedeutung nochmal hat in dem Fall. Ich meine, der Klassenerhalt steht ja über allem. Der ist ja wahrscheinlich wichtiger als das Pokalfinale. Ja, da geht es um Existenzen und das andere Juke. Bei einem Respekt. Also, das Finale kannst du, glaube ich, genießen. Aber alles andere nicht. Ich glaube, wenn es nicht zweistellig wird, glaube ich, dann wäre es eine Überraschung. Aber ich muss schon sagen, ich bin da echt gespannt. Auch bei Lautern hat, glaube ich, die acht oder neunbeste Offensive der zweiten Liga. Die haben, glaube ich, 45 oder 46 Tore geschossen. Das ist mit Abstand viel, viel mehr als alle anderen, die da unten drin hängen. Und ich hatte so das Gefühl, da waren Spiele dabei wie gegen St. Pauli. Das muss, glaube ich, eineinhalb Monate her sein. Keine Ahnung, zwei zu drei, zwei zu vier. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber wo die auch theoretisch in Führung gehen können. Die können aber auch, ob der Defensive 0-3 in Rückstand geraten. Und das ist das Problem im 1. FC Kaiserslautern. Diese Umschaltbewegungen und diese Defensive. Ich glaube, wenn Friedhelm so ein bisschen da auf die Defensive den Fokus legt, dann bleiben die normalerweise in den direkten Duellen auch drin. Also wenn Friedhelm eins macht, dann ist es den Fügel auf die Defensive. Eben, dann ist es ja genau der richtige Mann jetzt. Weil die Offensive, wie gesagt, die Offensive hat es gut gemacht. Die waren gegen Top-Teams immer häufig echt dran, mindestens mal einen Punkt zu holen. Also deswegen glaube ich schon, dass die da auch drin bleiben. Ja, und der 1. FC Kaiserslautern hat ja auch einfach viele Führungen verspielt. Jetzt am Wochenende wieder würde mich mal bei euch beiden aus der Spielerperspektive interessieren, wenn man einmal so diesen Wurm drin hat. Man spricht ja beim Hamburger Sportverein immer von dieser Frühlingsmüdigkeit, wenn man da in so einen gewissen Trott verfällt, wo man dann meistens den Aufstieg jetzt verspielt hat. Beim 1. FCK sind es jetzt die Führungen, die man einfach nicht über die Zeit bringt. Was macht das mit dem Kopf? Wie wichtig ist da der mentale Aspekt auf Spielerseite? Angelo, kannst du gerne mal anfangen? Ja, ich glaube, dass es mit das Wichtigste ist. Ich war letztes Jahr mit Hoffenheim im Abstiegskampf, wo wir dann eher das nicht erwartet haben. Und wenn du da einfach jedes Mal ins Spiel gehst und denkst, hey, bitte nicht wieder verlieren oder komm, lass uns die erste Chance nutzen. Aber geht man dann wirklich so rein, dass man sich denkt, jetzt nicht schon wieder? Ja, du gehst schon anders ins Spiel rein. Du denkst schon, okay, Jungs, wir müssen unbedingt gewinnen. Und weißt, wenn du nicht gewinnst, dass es dann sehr schnell noch weiter nach unten gehen kann, noch weiter und einfach den Anschluss verlierst. Wir waren auch zwischenzeitlich mal kurz letzter mit Hoffenheim. Da haben wir dann schon mehrere Gespräche geführt. Dann ging es auch mal lauter zu und alles. Und das merkt man dann schon. Da wird es intern in der Kabine lauter und auch, ja, ist mehr los. Und ich denke mal auch im Verein oben dann auch wahrscheinlich mehr. Und deswegen, da gehst du schon anders ins Spiel rein und versuchst, ja, einfach sagst du dir klar, du willst nicht daran denken, du willst ja einfach dein Spiel spielen. Aber im Kopf ist es immer noch drin. Ich glaube, dass du, wir sprechen im Fußball oft über Momentum. Und klar, so ein Tor verändert halt immer sehr viel. Ich glaube, was dann das Entscheidende ist, dass die Mannschaft eine gewisse Struktur hat, dass du einfach Führungsspieler hast, an denen sich dann auch Spieler, die vielleicht bei so einem Gegentreffer überlegen oder dann irgendwie selber mit sich unzufrieden sind, dass die sich dann an diesen Spielern hochziehen können, die dann vorne weggehen, die dann einfach den Unterschied machen, die diese Situation vielleicht schon kennen, eine gewisse Erfahrung haben. Und ich glaube, dass die Mannschaften, die dann drinbleiben oder die in diesen Situationen dann daraus wieder kommen. Und ich finde, beim VfB ist das ja dieses Jahr ein gutes Beispiel. Die hatten auch ein paar Spiele, wo sie nicht gut waren. Und direkt danach spielen sie richtig gut, weil sie halt Spieler haben, die dann vorne weggehen, die das kennen. Und dann gehört natürlich auch ein Trainer dazu, der dann irgendwie bei seinem Stil bleibt. Auch das sieht man immer wieder, dass dann auf einmal Mannschaften in ein Kurztrainingslager fahren oder kurz vor Schluss nochmal irgendwas Wildes machen, was, glaube ich, ganz, ganz selten irgendeinen Effekt hat, wenn du da nicht bei dir bist. Sondern da geht es einfach um, die richtigen Spieler zu haben. Führungsspieler müssen vorne weggehen. Und dann, glaube ich, kannst du da viel mit gewinnen. Du hast Hierarchie und Führungsspieler angesprochen. Und genau das ist ja auch ein Kritikpunkt beim 1. FC Kaiserslautern. In der Winterpause hat man sich von Beuth und Lute getrennt. Erik Durmant die Karriere beendet. Hat das vielleicht auch irgendwie so einen kleinen Bruch in der Mannschaft erzeugt? Also so wirkt es zumindest auf dem Platz. Beim FCK? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Mannschaft fixiert sich da schon auf sich selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt damit zusammenhängt, dass vielleicht dann noch irgendjemand geht oder was genau da passiert. Fakt ist einfach, da bin ich auch bei den Jungs. Du musst halt jetzt irgendwie auch einen Weg finden, deine Defensive zu stabilisieren. Du musst halt einfach schauen, dass du die Ergebnisse einfährst. Und am Ende ist es völlig egal, wie. Und wer gegangen ist oder wer gegangen wurde, sondern sie müssen sich gemeinsam als Mannschaft am Riemen reißen. Müssen daran glauben. Ich glaube, der Glaube ist auch immer ein Thema. Ich habe oft schon von Spielern gehört, die im Abstiegskampf waren. Aber wenn du jede Woche immer wieder weißt, du kriegst es auf die Fresse, Entschuldigung, auf die Schnauze, dann irgendwann... Auch nicht besser. Hast du völlig recht. Du meintest es aufs Maul, ne? Ja, das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Genau, genau. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und dann verlierst du natürlich auch irgendwann mal den Glauben und denkst, boah, jetzt am Wochenende schon wieder und jetzt spielen wir auswärts in XY und da kriegen wir wahrscheinlich wieder drei Dinger. Das darf halt nicht passieren. Du darfst nicht in diesen gedanklichen Trott kommen, sondern du musst immer, egal wie schlecht die letzten Spiele waren, erneut an deine Chance glauben, weil solange es rechnerisch möglich ist, musst du alles geben. Wo bist du eigentlich in der Hierarchie beim VfB? Scheißfrage, ne? Also auf dem Platz ist er ganz weit vorne. Ein Spieler, der immer wieder in diesen Drucksituationen so gesucht wird wie er, ja, der muss in der Hierarchie eine Position haben, das ist völlig klar. Darfst du auch mal ein Lied weitermachen beim Jamie? Ja, also ich habe schon, wir haben ein Ritual beim Endspiel gewinnen. Dann habe ich jetzt mit dem Zeugwart zusammen, haben wir ein Lied, das wir uns immer wünschen. Welches? Tiamo von Howard Carpenter. Ja, das ist dann... Er arbeitet ja mit einer Zeugwart-Legende der Bundesliga zusammen, ja, mit Mäuschi, ne? Der ist ein außergewöhnlicher Typ und der passt dann auch perfekt. Ja, der freut sich dann immer, wenn das Lied kommt. Und da kann man dann sich ein bisschen bei dem Lied zurücklehnen und einfach den Sieg genießen. Deswegen, gut so. Gut. Hat der so alte Hautegen bei euch in der Mannschaft, wo man auch dann so zu aufschauen kann? Also gibt es eine Person, an der du dich auch orientierst? Ja, wir haben ja eine relativ junge Mannschaft. Ich glaube, wir haben nur einen über 30, sonst sind alle eigentlich 28 oder jünger. Und da verstehen wir uns einfach alle sehr gut und wir reden alle mit Respekt und auch mit einem gewissen Ton miteinander, wo man einfach sich versteht und auch einfach die Ratschläge und die Tipps annimmt. Also wenn ein einer mit mir redet oder ein ich mit einem anderen rede, dann hat man nicht das Gefühl, okay, da geht es da rein, da raus, sondern man saugt es auf und man will einfach sich gegenseitig... Jeder weiß, jeder will dem anderen nur das Beste. Und das ist das Wichtigste auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir über Negativstrudel gerade gesprochen in Bezug auf Kaiserslautern und wenn man mal unten drin steht. Jetzt musst du mir mal verraten, wie sehr macht das Spaß, wenn man so eine erfolgreiche Saison spielt und dann wirklich so auf jedes Spiel Bock hat, zu jedem Training kommt und sich denkt, geil, heute wieder mit meinen Freunden, mit denen ich mich gut verstehe, was ist das für ein Gefühl? Das ist dann wie das schönste Leben einfach. Du hast Spaß, ins Training zu fahren, Spaß, dort Zeit zu verbringen. Wir haben eine Gruppe, wir gehen dann nach dem Training alle in den Pool. Wer ist drin? Undaf, Karazor, Lebeling. Anton ab und zu. Trainer auch? Nübel. Trainer noch nicht. Und dann, ja. Da bringst du einfach sehr viel Zeit mit Freunden, wie ich schon gesagt habe. Und wenn es dann läuft, dann hast du automatisch noch mehr Spaß und genießt du einfach jede Sekunde, weil du weißt, was du kannst. Jeder weiß, was er kann und wir können uns einfach aufeinander verlassen. Und das ist einfach das Schönste, was es gibt im Fußball, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, ist halt das Schlimmste auch. Ich finde auch, dass man das total merkt. Ich wollte es vorhin beim VfB Stuttgart Part eigentlich schon sagen. Ich finde, jetzt mal Taktik hin oder her, was Sebastian Hünnes euch vorgibt im Spiel mit Ball. Aber ich finde, im Angriffstrittel merkt man eure eingeschworene Truppe und diesen fußballerischen Spaß, weil ihr schnickt einfach stellenweise mit und darf ein Kontakt auf Gerasi wieder zurück in Räume, wo man beim Zuschauen denkt, okay, den Raum habe ich jetzt nicht erst erkannt. Zack, Tor, Schuss oder Tor. Also da muss ich erst mal sagen, das ist richtig stark und genau daran merkt man eben diesen Zusammenhalt, wie viel Selbstverständlichkeit ihr mit einer Freiheit, so sieht es aus, dass Sebastian Hünnes euch sagt, im Angriffstrittel macht ihr mal, ihr seid richtig gut, ihr seid eingespielt, ihr könnt das. Und genau so kommt es rüber. Also da muss ich schon sagen, gerade kurz vorm 16er, das macht echt Spaß zuzuschauen. Ja, Applaus für den VfB Stuttgart. Und es gibt natürlich noch eine Geschichte, die Wahnsinn ist im Fußball, wenn du erfolgreich bist, wenn du nach den Spielen dann vor der Kurve stehst und du wirst gefeiert und es ist so ein Miteinander, das ist so ein Wechselbad. Die Fans freuen sich, du bringst so viel Glück zu den Menschen. Und speziell bei Heimspielen, wenn eine Karawane-Kannstatt da vor der Kurve stehst in Stuttgart, da ist schon eine ziemliche Wucht, die darüber spielt. Und das ist auch ein Zusammenspiel, das sicherlich hilfreich ist und einfach als Profi unglaubliche Freude bereitet. Komm, wir machen mal was für die Fans. Ich fange jetzt einen Satz an und du musst ihn vervollständigen. Nach all der Scheiße geht es auf die Reise. Was kommt da nach? Stuttgart International. Nein. Bis zum nächsten Mal.